sich selbst wieder mehr wahrnehmen, spüren, fühlen, achtsam sein, die Natur und speziell Heilpflanzen, neurokreativ nutzen, wie das geht hier im Video. Die Neurodings Absolventinnen sind sehr kreativ, neurokreativ und eine von ihnen, Anna Zangerle, hat eigene Zeichenabläufe kreiert, durch die man Pflanzen und ihre Wirkung auf uns mit einbeziehen kann. Es ist ihre große Leidenschaft, die Natur mit all ihren Wesen, Bäumen, Pflanzen und Heilkräutern zu betrachten, zu durchwandern und sie ist als Grafikerin natürlich auch mental sehr kreativ und diese beiden Leidenschaften bringt sie zusammen im neurokreativen Zeichnen, also das Zeichnen und die Pflanzen. Unter dem Begriff Pflanzenzauberzeichnungen verbindet sie sich mit den Heilpflanzen, beobachtet sie, studiert sie, sie ist selbst hochsensitiv und entdeckt darin auch Pflanzengeister, bringt das Erlebte zu Papier. Hier ist eine Trilogie entstanden, also drei Zeichnungen zum Thema Natur und Zeichnen und als Beispiel hier die Nachtkerzenwurzel. Sie hat sich durch diese Pflanze mit den eigenen Wurzeln beschäftigt, mit der Herkunft, also mit den Ahnen, mit der frühen Geschichte und hat dadurch die Verbindung zu den Vorfahren gestärkt. Ein anderes Bild, das entstanden ist, eine andere Pflanze, nämlich der Farn, hat sie motiviert, eine neurokreative Zeichnung zu machen und durch diesen Farn hat sie sich verbunden mit den vielen Facetten der Leichtigkeit. In Arbeit sind auch gerade die Heilige Mistel und der alles verbindende Holla, der duftet und blüht und so hat alles seine Zeit. Anna nimmt sich auch die Zeit, sie geht mit dem Jahreskreis, mit der Natur, fühlt hinein, spürt hinein und so dauert es mitunter einige Wochen oder Monate, bis ein Bild fertiggestellt ist. Sehr gerne zeichnet sie die Blüte, wenn die Pflanzen auch real in der Blüte sind, also in der sommerlichen Zeitqualität. Die Zeichnung der Mistel wartet noch auf die richtige Zeitqualität, um fertiggestellt zu werden, denn die ist dann im Winter. Wie entsteht ein solches Bild oder die Idee dazu? Als erstes füllt Anna hinein und es entsteht eine Verbindung zu einer bestimmten Pflanze. Sie geht auf die Suche nach dieser Pflanze mittels innerer Reisen, die sie durchführt, also meditativ oder auch beim Naturflanieren oder indem sie die Pflanzen erntet und Hydrolate herstellt oder Tinkturen, denn Anna hat eine Ausbildung zur Natur- und Landschaftsvermittlerin und hat auch eine Initierung als Medizinrockfrau durchlaufen und vertieft ihr Wissen immer wieder, hält sich sehr viel in der Natur auf, ist in Kontakt mit der Natur und dadurch auch mit den Pflanzen und Heilpflanzen. Sie beobachtet, studiert, bedankt sich, skizziert, beachtet und zitiert. Trinkt dazu einen Tee, macht eine Räucherung mit der Pflanze und taucht somit in die Dynamik, in die Farben und die Formen ein und dadurch gelingt der Zugang noch viel feiner. Durch den Spitzwegerich und das neurokreative Bild mit Einbeziehung dieser Pflanze hat sie auf ihre Hochsensibilität aufmerksam gemacht und auch den Umgang damit und indem sie das fertige Bild betrachtet, ist sie mit dieser Qualität in Verbindung und schwingt auch danach noch mit dieser Energie mit. Eine ganz tolle Idee ist es auch aus diesem Bild, das somit entstanden ist, dass sie ja aufgeladen ist mit dieser Energie, die sie hineingelegt hat, mit der Zeit, die sie mit dieser Entwicklung verbracht hat, ein Schmuckstück anzufertigen aus diesem Bild. Sie hat also die Transformation durchlaufen und sie wollte es nicht nur einfach als Bild aufhängen und Wände schmücken, sondern auch wirklich bei sich tragen in einer besonders harmonischen Form. Und so hat sie die Bilder abfotografiert, eingescannt, hat viel Zeit mit dem Ausschneiden der kleinen Bilder verbracht und hat Schmuckstücke angefertigt aus diesen Zeichnungen, die sie auf Märkten oder Ausstellungen anbietet. Und die Käufer des Schmucks schätzen sehr die Heilenergie dieser Bilder, die ja diese transformierten Themen darstellen. Andere mögen einfach die Buntheit oder die Einzigartigkeit dieser Zeichnungen. Denn es ist ja jede Zeichnung ein Unikat. Und wenn du dich mehr für dieses Thema interessierst, nimm gerne Kontakt auf mit Anna. Die Kontaktdaten findest du unterhalb des Videos oder besuche sie beim nächsten Kunst- und Handwerksmarkt. Hol dir gerne weitere Anregungen zum neurokreativen Tun über die Videos, die ich dir hier verlinke. Viel Vergnügen, mach dein Ding. Silvia Grübel von NeuroDings. . Untertitelung. BR 2018